Schatz, komm schnell! Was ist denn? Ach, Schatz! Baby, ich liebe dich so sehr! Was ist mit meinem Autoschlüssel? Schatz, ich liebe dich! Baby, ich liebe dich schon! Das ist das Auto, was ich geliest habe! Nein! Ich stehe gerade vor der Haustür und ich habe seit einigen Wochen eine Überraschung von Michael geblieben. Und heute ist es soweit, ich kann auch gar nicht richtig atmen. Nicht so sehr. Du wolltest immer einen Pick-up-Truck haben. Das ist jetzt auch her. Mhm. Baby, ich liebe dich! Baby, ich liebe dich schon! Ich möchte die Wartung machen. Ja, ich liebe dich, Apple. Guck mal, was ich geliest habe. Nein! Willst du mir jetzt den Wagen hier geschenkt? Ich habe den geliest! Aber ich liebe dich doch. Ja, das ist echt eine Verarsche, wirklich. Also... Pass auf, zur Strafe heißt du wie meine Ex-Frau, wenn wir heiraten.